Leute, mein Fototipp, macht Fotos niemals, wenn es zu dunkel ist. Wir brauchen Licht für Fotos. Also ich glaube, das A und O ist das Licht. Mein ultimativer Fototipp ist Content Counts. Den ultimativen Fototipp. Egal was ihr fotografieren wollt, haltet Licht drauf und dann könnt ihr auch easy knipsen. Und damit steht und fällt das Bild, also beziehungsweise das Foto. Deswegen achtet immer drauf, wie das Licht gerade so ist, weil mit gutem Licht wird jedes Bild richtig gut. Ein ultimativer Fototipp und zwar zeige ich euch den jetzt, damit das Foto auch schön spontan aussieht, mache ich meinen Lieblingstrick. Macht euch keine großen Gedanken über wie fotografiere ich, sondern macht euch Gedanken über was fotografiere ich. Das ist viel wichtiger, dass ihr euch ein schönes Motiv aussucht und nicht wie ich das fotografiere, sondern wenn ihr das Motiv schön habt, ist der Rest fast egal. Als würdest du laufen, aber immer nur einen Schritt hin und zurück machen. Ich finde es ein bisschen wild, sich so hinzustellen, aber Leute, es funktioniert. Das ist ein Schnappschuss, oder? Geil, ich finde das auch richtig cool. Die sind alle super. Du bist ein echtes Naturtalent. Hey, euch hat das Video gefallen? Sehr gut. Wenn ihr mehr von uns sehen wollt, dann einfach hier klicken. Und wenn ihr ganze Folgen sehen wollt, dann einmal hier. Bis dann. Nachhaltig. Achso, und abonnieren nicht vergessen. Tschüß. Ihr seid ja immer noch da. Klicken.